Hallo zusammen, Aizocke hier. Falls ihr mich mal live sehen wollt, schaut in die Kommentare. Da findet ihr den Link zu meinem Twitch-Kanal. In diesem Video zeige ich euch die Quest Portal Himmelhoch-Observatorium anzunehmen bei Thelin Schwarzamboss an der Küste des Erwachens an dieser Position. ForQuest war fortgesetzte Portal-Erkundung. Ich werde jetzt schauen wo dieses Portal ist und sobald ich es gefunden habe, werde ich mich wieder bei euch melden. Heißt also, ich werde jetzt eine kurze Unterwechung machen. Bis gleich. Da bin ich auch schon angekommen und ich habe es gefunden. Ich befinde mich aktuell an dieser Position. Hier wäre auch ein Flugpunkt. Und das Portal ist an dieser Stelle. Allerdings nicht so wie man es vermutlich vermutet in diesem Turm drin, sondern wir müssen jetzt nach oben fliegen. Und zwar hier hinein. Hier ist das Portal. Rechts klicken. Es dauert jetzt ein bisschen. Man hat leider kein Cast Balkon. Und bereit zur Abgabe. Wir können jetzt hier dieses Portal aktivieren. Und können manuell zurückfliegen. Oder aber wir nutzen es direkt. Und porten uns hierhin aus dem Posten der Rubin Schuppen. Dann sind wir ganz flott beim Abgabe NPC. Fest ist abzugeben bei Terrin Schwarzamboss. An der Küste des Erwachens. An dieser Position. Ich hoffe mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und nicht vergessen in den Kommentaren Link zu meinem Twitch-Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.